Grüezi und Hallo bei SIS Laundry 802. Ich möchte heute noch eine Ladung Feinwäsche waschen und das tun wir so gleich. Fein Seite. Ich will 40 Grad Wasser Plus und schleudern mich 800 Ja, schmutzig ist das Zeugs nicht. Das sollte reichen mit 45 Minuten. Das passt. Ja, brauchen wir nicht intensiv, aber vielleicht können wir. Ja, das können wir. 50 Minuten passt. Perfekt. Dann immer rein damit. So. Alles drin. So. Könnt ihr schon mal starten. So. Ich nehme ein bisschen Dussi Weisspüler, weil sie noch ein paar Baumwollsachen drinnen hat. Die Kappe ist relativ klein und daher nehme ich eine volle Kappe. So. Der ist, wie ich schon mal erwähnt habe, nicht so dickflüssig und so eine Pampe. Er riecht auch recht frisch und leicht. Darum mag ich den sehr gerne. Das Waschmittel, das ich verwende, ist jetzt das Formil Color and Care. Ich mache die Flasche noch fertig. Wie auch schon mal gesagt, ich finde die neue Rezeptur. Aber das Parfüm, das riecht einfach ekelig billig. Gar nicht mehr gut. Aber wegschmeißen möchte ich es ja auch nicht. Darum verwenden wir das, bis es fertig ist. Aha. Ja. Wasser sollte man noch geben. So. Und davon nehme ich eine Kappe. Das reicht. So. Immer rein damit. Und dann mal viel Spaß beim Zuschauen. So. Und also nehmen. Und da also kommen viele Kollegen. Und dann habe ich ein bisschen einfach alles auf. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020